Hast du mal geträumt, dass du stirbst? Weil ich hab letztens irgendwo gehört, das geht nicht. Das kann man gar nicht träumen. Weil man wacht immer auf, bevor man stirbt. Und weißt du warum? Weil man sonst wirklich sterben würde. Hyposomnie ist eine Schlafstörung. Durch besonders vitale Träume in der Nacht hat man tagsüber Nötigkeitsschirme. Ist alles in Ordnung mit ihm? Was ist mit Papa? Es wird nicht besser. Geht schon. Zehn Monate lebst du an deiner Welt und lässt nichts an dich ran. Ich schaff das nicht mehr. In diesen Träumen. Der ist immer wieder dieser junge Mann. Ich träum, dass du ihn kennst. Hi. Was hast du getan? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Bist du wach? Keiner hat sich je Gedanken darüber gemacht, was Traum wirklich bedeutet. Was im Schlaf wirklich passiert. Ich weiß nicht, was ich mich da reingestützt habe. Er ist verrückt. Wenn du erstmal verstanden hast wahrzunehmen, dass du träumst. Kannst du Einfluss nehmen, Dinge verändern. Aber das ist gefährlich. Traum und Wachphasen könnten sich überschneiden, ohne dass du es merkst. Ja! Und du bist hier wirklich ganz sicher. Ja. Du bist hier scheiße, Mann! Wir kommen aus der Dunkelheit. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Ja, Mann! Geht die Untertitelung des ZDF, 2020